Letzte Chance für Julian Assange. Der Wikileaks-Gründer möchte sich bei einer Anhörung vor dem obersten Gericht in London gegen seine Auslieferung in die USA wehren. Seit vier Jahren sitzt Assange in einem Hochsicherheitsgefängnis in der britischen Hauptstadt. Der High Court will bis morgen entscheiden, ob Assanges Rechtsmittel ausgeschöpft sind oder ob er weiter vor britischen Gerichten gegen seine Auslieferung vorgehen darf. In den USA ist er unter anderem wegen Spionage angeklagt, weil er rund 700.000 vertrauliche Dokumente über die Militäreinsätze im Irak und Afghanistan veröffentlicht haben soll. Bei einer Verurteilung drohen Assange bis zu 175 Jahre Haft. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensenderwelt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken. муde 400.000 400.000 60.000 41.000 49.000 61.000 62.000 86.000 73.000